Die Läuft so so was von sich Geht mal einer Zebra holen bitte Cleo rastet gerade aus Kann gerade nicht Passt du auf ihn auch? Ja Ich schieb's nicht hier hin Hier ist es Hier ist es immer anders Aber der geht so was von sich Ja jetzt übers Paket Und wie der mit der Cleo spielt Oder die Cleo mit ihm Ich glaub wenn die mal draußen sind Die Cleo hat da Spaß Glaub ich auch Die hüpft die ganze Zeit Kannst du auch mal Licht anmachen bitte Und Licht hier Bevor alles vorbei ist Die will jetzt filmen Ich film schon die ganze Zeit Warum seid ihr denn schwarz und nicht hell Mensch Susanne ich brauch die Lappen Mein Gott Spielt weiter Wie süß Wie süß Wie süß Wie süß Ja das macht ja ganz Ganz samt also ganz toll Immer habe ich den Arsch in der Kamera Ja, das fehlen die auch, dann müssen die Jahresabschluss noch machen. Ja, das fehlen die auch. Cleo rastet aus. Boi. Du denkst dran, dass du heute... Langsam. Cleo langsam. Das ist kurz und kurz süß. Ja. Ja. Ich will erstmal den Mathiel-Magen ein bisschen... Oh, was bin ich froh, dass ich so hättest, wenn ich rausgehe und das beobachten darf. Aber ich glaube, wenn ihr weg seid, holt euch alle Welpen raus. Aber können wir jetzt hier ruhig schwappen. Oder nicht? Wir müssen alles im Blick haben. Ja. Moin! Kommt los! Jetzt ist er wieder ganz weich. Ich habe gehört, dass er auf den Foodwatch hat, oder? Oh Gott! Sollen wir mal das Ding das einfach mit Flächen fertig machen? Ja. Figi sieht man nur unten, weil der weißer Bananen stoppt. Ach, ich dachte eher unser Essen jetzt. Ja. Oder? Ich kann erstmal euer Essen fertig machen. Nee, mir soll das ja egal sein. Also ich denke, wir essen für 8 Uhr, ist das okay? Wir sind da jedenfalls weg. Vor 8, halb 0. Kann ich durch? Ja.